WWE ist off-air. Wir sind on-air. Herzlich willkommen zur Pay-Per-View-Review. Highlights und Lowlights diskutiert. Euer Host heißt euch willkommen. Jonathan aka Perkix WWE. Super Showdown bei 38 Grad Ringtemperatur in Jeddah. Ja, das größte Saudi-Arabien-Groß-Event. Genauso groß wie WrestleMania oder größer. So wurde es bezeichnet. Ganz, ganz krasse Ankündigung im Voraus. Ob das wirklich so war und ob WWE gehalten hat, was sie versprachen, das besprechen wir jetzt hier in dieser Review. Herzlich willkommen beim Podcast hier auf dem Kanal. An meiner Seite heute, um das zu tun, der Björnstar, der edel Jobber. Grüß dich. Hey, yo, Meister zusammen. Ja, 38 Grad Ringtemperatur waren es hoffentlich nicht, aber es waren zumindest 38 Grad Lufttemperatur und so heiß war die Show hier am Ende auch gewesen, oder? Ja, ich denke doch. Man hat das im Kommentar auch durchgegeben. Im Ring sind es jetzt 38 Grad, so Lufttemperatur waren es, glaube ich, 33 dann zu der Zeit. Ich habe das mal gegoogelt. Also wie auch immer, es war eine heiße Show, riesiges Stadion, waren nicht alle Plätze belegt, aber heiß auch wegen dem Feuerwerk. Die Saudis hatten richtig Bock, gute Atmosphäre. Und Björnstar, man hat ja Saudi-Arabien als Land, als Austragungsland wieder erwähnt. Das war ja auch mal anders, dass man einfach nur gesagt hat, Jeddah oder Ähnliches. Jetzt hat man hier sogar das Land noch mit dazu gesagt, also nicht nur einfach den Ort. Einfach weil Saudi-Arabien sich vielleicht nicht so viel zu Schulden kommen lassen hat, was zur Mainstream-Presse geführt hat in der letzten Zeit. Deswegen kann man das wieder erwähnen. Bullshit. Kann man mal drüber streiten. Natürlich nicht deswegen, sondern der einzige Grund ist, weil sie auf ihren eigenen WWE-Network gelaufen sind und wissen, dass sie in der eigenen Bubble laufen und eh nur die Vollidioten der Vollidioten heute, die sich diese Show angeguckt haben. Also wir, also ihr da draußen auch. Ja, wir sind alles Vollidioten, die sich das nur angucken. Und dementsprechend konnte man es aber wieder erwähnen. Natürlich wird das nicht ein Vorhinein erwähnt. Vorher war es immer nur in Jeddah und dann wurde von einem Event außerhalb gesprochen, aber bloß in die Saudi-Arabien erwähnt. Zumindest in den öffentlichen Medien. Jetzt, wo man wieder in seiner eigenen Blase war auf dem WWE-Network, konnte man das natürlich auch schön bewerben und dafür haben sie auch gut Geld kassiert. Ganz genau. Sehr viel Geld gab es für diese Show und darüber wollen wir jetzt sprechen. Wir reden über die Kick-Off-Show, denke ich nicht. Das war einfach ein Klassik-Tag-Team-Match, was dann letzten Endes die Usos für sich entschieden haben. Und also gegen The Revival. Und damit können wir eigentlich auch schon zum Opener gehen, denn der war wirklich relevant. Das war auch ein großer Teil des Aufbaus für dieses Super-Showdown-Event dann letzten Endes. Denn Seth Rollins ist Universal Champion, aber für Raw letzte Woche, beziehungsweise noch in dieser Woche und auch für letzte Woche wurde ja so ein bisschen der Cash-In spekuliert, für diese Woche sogar angekündigt und auch jetzt für Super-Showdown wurde er angekündigt. Und deswegen war das hier ganz besonders interessant zu sehen, wie Seth Rollins in seinem Titelmatch mit Baron Corbin aussehen wird. Rawlins war angeschlagen noch von der Attacke Lesners, weil Raw hat das Biest ja tatsächlich zum Stuhl gegriffen, hat Rawlins verprügelt. Jetzt musste Rawlins ran gegen Baron Corbin und der hat natürlich sofort seine verletzte Körpermitte angegriffen. Ein Problem gab es allerdings, Corbin hat sich immer wieder mit dem Ringrichter angelegt und irgendwann hatte der Reft dann genug, hat zurückgeschrien, Rawlins rollt den abgelenkten Corbin ein und kann sich so den Sieg sichern in diesem Titelmatch-Opener. Der Universal Champion direkt zu Beginn mit dem Startsieg. Ja, irgendwann mitten im Match ist dann auch ein Ringrichter mal eingefallen, dass der Baron Corbin gar nichts mehr zu sagen hat auf dieser Welt und er sich ja dagegen mal gerne zu wehrsetzen kann als Offizieller. Das war dann auch so zum Ende geführt hat. Ich meine, das Match ist natürlich vollkommen nebensächlich. Es ging natürlich alles darum, was dann danach bastiert oder danach auch angekündigt war und ob es denn jetzt den großen Cash ergeben würde von Brock Lesnar. Nachdem dies dieser Opener gewesen ist, naja, habe ich mir dieses Szenario schon fast ausgemalt, hätte aber ein anderes Ende am heutigen Abend erwartet. Aber naja, so ist es ja dann nicht gekommen. Ganz genau, Seth Rollins verteidigt in diesem Match, was man sich nicht groß nochmal im Nachhinein anschauen muss, aber ich denke, das war einfach Klassik, solide, nichts verkehrtes, aber auch einfach kein großartig, unterhaltsames Wrestling-Match. Es hat eben von dem Storyline-Aspekt auch gelebt, dass eben der gute Baron Corbin die Körpermitte von Rollins angreift, der sich dann aber irgendwie durchsetzt und nach dem Match wurde es ja dann interessant. Da gab es den End of Days von Corbin und fasst den Cash-In von Brock Lesnar. Der kam raus, aber als Paul Heyman in den Ring gehen wollte, ist er über das mittlere Ringseil gestolpert in den Ring, ließ den Koffer fallen. Das hat den guten Brock Lesnar natürlich abgelenkt und so kann Seth Rollins Lesnar einen Low-Blow verpassen und hat ihn verprügelt mit dem Stuhl der Curbstomp letzten Endes dann auch auf die Money in the Bank Briefcase auf den Koffer. Das hat Brock Lesnar an seinem Cash-In gehindert und letzten Endes gab es jetzt wieder diesen angekündigten Cash-In nicht, weil Rollins Woche für Woche den Strich durch die Rechnung macht. So hat man mittlerweile das Gefühl, aber eigentlich liegt es auch immer an Brock Lesnar selbst, beziehungsweise an Paul Heyman hier, was die Match-Story oder die Story, die man erzählt hat, angeht. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da alles anfangen soll. Also erstmal muss ich die erste Frage stellen, ich habe ja am Montag gar nicht so genau drauf geachtet, aber kann das sein, dass hätte Brock Lesnar heute gar nicht ein-cashen können, weil er einfach den falschen Koffer dabei gehabt hat? Dann waren da gar keine komischen Lautsprecher mehr eingebaut und so. Achso, dann kann er nicht ein-cashen. Ja, oder tut er den Vertrag immer hin und her wechseln? Ich weiß ja nicht, also... Ich habe mich nur so gewundert, oder das war doch wieder der normale Koffer, oder? War der Montag auch schon den normalen Koffer wieder dabei gehabt? Das ist eine sehr gute Frage, weil man das ja auch nur auf einer Seite sieht. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Aber hier hat er nicht den... Beatbox-Koffer auf jeden Fall nicht dabei gehabt. Ja, genau. Ich meine, dann kann man ja auch nicht ein-cashen. Nee, Quatsch. Also mal ganz ehrlich, ich meine, diese ganze Ein-casherei und sowas halt so, jeder, der sich davon worken lässt, ist ja prinzipiell auch selber schuld. Das macht die WWE ja gar nicht verkehrt. Die WWE sagt ja immer, come on, Brock Lesnar ist das einzigste große Gesicht, was wir hier überhaupt noch bei uns haben. Und damit können wir noch ein paar Zuschauer irgendwie holen. Und wenn es halt nur 100.000 sind, aber selbst 100.000 sind ja mittlerweile sehr entscheidend, ob du halt 2,1 Millionen hast oder nur 1,9 Millionen hast. Das ist für die WWE mittlerweile sehr entscheidend. Und natürlich mit diesem Cash-in gespielt. Das hat man aber früher auch getan. Und da hat sich auch keiner drüber aufgeregt. Und ich rede mich da auch überhaupt nicht bei Brock Lesnar drüber auf, weil sich das für mich auch für einen Money-in-the-Bank-Kofferträger gehört. Und jeder, der sich jetzt hier werken lässt und enttäuscht ist, dass es kein Cash-in gegeben hat und auch am letzten Montag kein Cash-in gegeben hat. Ich war ja bei der War vs. McDonald-Review nicht dabei und so. Ja, der lässt sich halt von der WWE werken und ist halt auch irgendwie selber schuld. Mal ganz ehrlich. Also, wer jetzt irgendwie noch einschaltet, weil die WWE ein Cash-in ankündigt, der ist auch selber schuld. Ganz ehrlich. Und wie man es jetzt hier gelöst hat, ja, ich meine, Wardens konnte sich jetzt mal hier wehren, hat mal wieder den Lowblow ausgepackt. Aber in dem Fall, ich meine, er muss seinen Titel verteidigen, möchte jetzt irgendwann nicht groß irgendwie kritisieren oder so. Und dann hatte ich Lesnar ordentlich mit dem Stuhl verprügelt. Der Rücken von Lesnar sah dann nachher ganz schön in Mitleidenschaft aus. Und das war eigentlich prinzipiell ganz okay. Ich habe nur gedacht, dass der Abend dann auch anders ändert, weil es hier gerade relativ am Anfang der Show gesetzt wurde. Aber prinzipiell war mit dem, was wir dort gesehen haben, eigentlich zu rechnen. Ja, genau. Also es ist ja generell schon so ein bisschen Habit und eine Gewohnheit, die bei den Zuschauern kreiert wird. Mittlerweile Brock Lesnar sagt, er casht einen und dann casht er nicht ein. Hier hat man das ja auch Storyline-mäßig ganz gut gemacht. Der Heyman-Stolperer, der sah ja auch am Anfang tatsächlich nicht wirklich gewollt aus. Das hat er gut geworkt. Und dann eben Rawlins mit seinem Beatdown. Das kann man definitiv so umsetzen. Das war überhaupt nicht verkehrt. Und da habe ich nichts auszusetzen. Wenn man irgendwas auszusetzen hat, dann muss man fragen, warum halt der Herr Lesnar nicht am Montag eingecashert hat, wo Wallins Tod vor ihm lag. Aber das ist eine ganz andere Sache. Die Kritik haben wir auch schon geäußert in der Raw vs. Smackdown Review. Die könnt ihr euch jede Woche hier auf dem Kanal anschauen. Immer mittwochs sprechen wir über die WWE-Wochen-Shows. Und da haben wir auch gesehen, wie die Intercontinental-Champion-Titel-Fede zwischen Finn Balor und Andrade aufgebaut wurde. Bei Smackdown gab es nochmal ein kurzes Segment mit einem körperlichen Aufeinandertreffen. Hier haben wir den Demon gesehen, der sich dann auch den Sieg geholt hat. 10 Minuten guter Catch endet mit dem Coup de Graf von Finn Balor, der Andrade besiegt und damit seinen IC-Title verteidigt. Ja, die musste rausgepackt werden, weil die Fede so intensiv war, oder? Oder was war der Grund? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach ein riesiges Stadion und dann macht er hier mal Facepaint drauf. Ja, der Arme konnte aber richtig leid tun, denn das Facepaint war dann auch nach 5 Minuten schon wieder weg bei 38 Grad im Ring. Ja, und dann war er eigentlich fast wieder normaler und dann muss man ja fast sagen, war er überraschend, dass er gewonnen hat am Ende, als normaler Finn Balor. Nee, Quatsch. Ich glaube, dieses Match hat ja wirklich keine Sau interessiert. Es hat auch wirklich keine Sau im Stadion interessiert, der Entrance und so. Da sind ein paar Leute noch aufgestanden und das ist gut, da mussten die Leute sich aber auch wieder hinsetzen, weil sonst haben sie recht von der Security auf die Fresse bekommen, wenn man da gestanden hat oder so. Und ja, die Stimmung in der Halle, die müssen wir ja auch mal ansprechen, oder? Das ist ja, das war ja so, also das Problem ist halt so, du könntest in dem Moment wahrscheinlich die beste Wrestling-Show der Welt dort abliefern, wenn du ein solches Publikum hast, was ein solches Desinteresse zeigt. Dann zieht das eine Show so dermaßen runter. Und da das richtige, naja, wenn man von richtigen Wrestling-Fans sprechen möchte, halt 100 Meter entfernt saßen auf den Außenrängen und vorne halten wir dann nur ihre komischen Scheiß mit ihren blöden Kindern und die zwei, drei Leute, die die Stimmung machen wollten, halt von der Security quasi fast auf die Fresse bekommen haben, weil sie ja aufgestanden sind und das geht ja auch gar nicht oder so. Das war halt wirklich eine grausame Stimmung während der ganzen Veranstaltung. Boah, also ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe teilweise Menschen beim Match von Lashley oder so, habe ich teilweise gedacht, die machen da gerade irgendwie eine Trauerminute oder sowas. Also das war ja so still, dass du es schaffst, so viele Leute in einem Stadion zu haben und du hörst keinen, wirklich keinen, außer die Ringer, die im Ring quasi gerade ihre Moves sellen quasi, ja, ähm, nicht sellen, sondern, äh, ja, Björn müsste Englisch können, ähm, callen, so. Äh, ja, dann ist das schon sehr, sehr peinlich. Ähm, ich fand's nicht die ganze Show über, aber es war auf jeden Fall weite Strecken, auch eben mit den weniger großen Stars, äh, vor allem, äh, markant und gab dann aber auch natürlich Momente, äh, zu denen wir später noch kommen werden, äh, zum Beispiel der Lokalmatadoren-Sieg oder ähnliches, wo dann auch in den vordersten Reihen wirklich die Porte abging, also da war dann die Stimmung trotzdem am Start, aber es, äh, braucht halt einen Bezugs, äh, äh, Aspekt für die Fans, ähm, um dann wirklich hier auch Stimmung zu machen oder in das Match investiert zu sein. In jedes Match, äh, bist du natürlich nicht, äh, total krass, äh, investiert, aber das kann man, denke ich, auch nicht erwarten. Ja, und in dem Sinne... Richtige Fans hat ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, davor zu sein, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Ja, wahrscheinlich, also wenn dann eben nur in den hinteren Reihen und, äh, die ersten Plätze oder die, die Plätze auf Floor-Level, die sind natürlich schon ausgewählt vergeben worden, ähm, ist auch tatsächlich nicht ganz voll gewesen, das Stadion... Ja, wirkt auch richtig scheiße, muss ich sagen, halt, wenn du den Floor halt nur mit so ein paar Manneken befüllst, halt so, ja, und auf dem Floor, wo wahrscheinlich wie 10.000 Leute hinpassen würden, wenn man das bestuhlen würde, komplett halt so, und im Endeffekt da wie 500 Stühle hinstellt, sieht das erstmal scheiße aus in der Totalen. Übrigens auch diese Woche bei War und Smackdown der Fall gewesen, ich weiß nicht, ob das euch so aufgefallen ist, habt ihr gar nicht in der Review so angesprochen, halt so, aber wenn die ihre Totale gemacht haben, der Floor war ja auch dort komplett minder besetzt, in Anführungszeichen. Ja, wirkt da total komisch irgendwie. Fand ich auch, ja. Also, das ist tatsächlich was, was so ein bisschen in der Gesamtwirkung schon eher ausstrahlt, dass man Platz füllen will oder in dem Bereich dann nicht so viele Leute setzen will, um die dann auf die Ränge eben zu verteilen. Und man hätte ja durchaus da aufs Floor-Level auch noch Leute packen können, auf der anderen Seite, auf der Nicht-Kamera-Seite, da waren ja trotzdem noch einige Fans, da hätte man es halt einseitig gehabt, aber das hat man eben auch so nicht durchgezogen. Das Floor-Level, das wird eben bei den Saudis immer ganz, ganz sorgfältig ausgewählt. Da kommen nur die Elite, beziehungsweise die Family-Member von Wrestlern kommen da rein, also die VIPs. Ja, so ist das eben in Saudi-Arabien jetzt auch beim dritten Event, wie auch bei den Zweien zuvor. Dann ging die Stimmung richtig steil, kann ich dir sagen, mit dem nächsten Match auf der Karte. Denn Shane McMahon trat an gegen Roman Reigns und hat dieses Match tatsächlich auch gewinnen können. Der Pin nach dem Claymore-Kick besiegelt den Kampf. Zuvor war der Referee ausgeschaltet. Drew McIntyre war natürlich mit am Ring und hat immer wieder für Chaos gesorgt. Shane McMahon konnte durch die Hilfe von seinem neuen Buddy Drew McIntyre hier den Sieg holen. Ja, da habe ich erst mal die erste Frage an dich, auch wenn das vielleicht schon etwas vorausgreift, aber wer hat am heutigen Abend die schlechteste Leistung des Abends abgeliefert? War es Shane McMahon, war es Goldberg oder war es der Undertaker? Ist ein interessantes Rennen, ja. Also die Plus-50-Jährigen machen so da sich aus. Und was fällt auf, wenn man diese drei Leute miteinander vergleicht? Ja, also mal ganz ehrlich, come on, Shane McMahon im Jahr 2019, ja, den wir uns mittlerweile als wöchentlichen Stammgast der WWE ja quasi als Full-Time-Worker angucken müssen, halt so, ja. Und seine Matches sind einfach, also sorry, also ich meine, da gucke ich mir halt lieber jedes Frau-Match der Welt an. Das ist halt unglaublich, das ist halt einfach gar nichts. Und dann tritt er an gegen das größte Babyface, was die WWE haben möchte. Ich sage nicht, was es ist, sondern was die WWE haben möchte. Das ist nun mal Woman Reigns, der dann quasi gegen Shane McMahon im halben Match aussieht wie ein absoluter Vollidiot oder wie ein Normalo, aber halt nicht wie halt ein, ja, großer, starker Wrestler und das Babyface schlecht Nummer one, number one, irgendwie sowas halt so, ja. Das ist halt so, das geht, also dieses Match, das war halt wirklich gar nichts. Und dann bekommt er einen Claymore Kick ab und dann 1, 2, 3 und Shane gewinnt. Meine Frage, hat der Typ nicht noch, also Tobi hat's wunderbar getweetet, hat der Typ nicht noch vor kurzem irgendwie fünf F5s überlebt und alles drum und dran? Jetzt gibt's da einen Claymore Kick und das Match ist beendet? Ach, come on, hören wir doch einfach auf, das ist halt einfach nix. Und auch Shane McMahon im Jahr 2019 ist einfach nix und da brauchen wir auch keiner sagen, das ist doch geil, wenn der irgendwo runterspringt und so. Ja, dann guckt euch eine Stuntshow an oder keine Ahnung was halt so, aber das hat mit Wrestling nix zu tun. Ja, das würde ich auch nochmal unterstreichen, Seth, Shane McMahon, irgendwas mit S am Anfang, ganz genau. Das ist halt auch wirklich eine Zumutung mittlerweile. Der ist bei Raw und bei SmackDown, der ist total überpräsentiert in dieser Fede mit Roman Reigns. Ich kann's auch mittlerweile nicht mehr sehen und da bin ich völlig bei dir. Ja, obwohl sein WrestleMania-Match natürlich unterhaltsam war und auch einfach eine einzigartige Dynamik nochmal reingebracht hat, einfach was, was so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, sein Match. Was bleibt bei WrestleMania-Match hängen? Der Endspot, oder? Das ist doch das Einzige, was hängen bleibt bei mir bei WrestleMania-Match. Es stach schon heraus und hat auch die Show dadurch bereichert, weil es eben durch die Halle ging. Also das fand ich schon, aber das heißt ja nicht, dass er hier wöchentlich auftreten muss, immer seine schrecklichen Segmente herausführen muss und bei jedem Pay-Per-View seine Schlagkunst unter Beweis stellen soll. Ja, also da würde ich nochmal differenzieren. Deswegen, ja, Shane McMahon, den vielleicht trotzdem hier mal weniger präsentieren. Das würde uns beiden zumindest sehr gut gefallen. Wenn ihr das anders seht, dann könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und damit würde ich sagen, bleiben wir auch schon, oder lassen wir dieses Thema hier mal sein mit Reigns und Shane und gehen zum nächsten kontroversen Charakter und zwar Lars Sullivan. Der hat ein Match gegen die Lucha House Party gewonnen. 3-on-1-Handicap-Match allerdings nicht einfach so classic, ne, haut sie weg, sondern via DQ, weil Lince Dorado, Grand Metal League, äh, also quasi die Lucha House Party nicht aufgehört hat, auf Sullivan einzutreten, die Face-Masken-Männer attackieren, also den hier so lange, bis sie disqualifiziert werden. Auch eine ganz, ganz interessante Darstellung. und Lars Sullivan schlägt dann aber zurück und wirft die alle durch die Gegend. Ja, also auch nicht die klassische Wrestling-Darstellung, wie man sie kennt. Lars Sullivan wird hier als Monster präsentiert. Naja, also Lars Sullivan hat mich genauso viel interessiert, wie die komplette Halle sich für Lars Sullivan interessiert hat, nämlich gar nicht. Ähm, ja, dieses ganze Match oder auch der Match-Aufbau von gegen die Lucha House Party und so, das ist doch alles, ähm, wirklich nix. Also wenn ich mir da zum Beispiel gegen einfach angucke, halt so, jetzt mache ich hier halb den Tobi, ja, das tut mir ja fast leid, aber wenn ich ihn schon im Chat sehe, dann muss ich ja fast mal den Tobi hier machen. Wenn er einfach mal vergleicht, wie die Lucha Libre-Leute bei AEW jetzt dargestellt worden sind und wie sie hier dargestellt werden, ist das einfach nur, da denkst du halt einfach, da kommen halt irgendwelche Leute aus dem Zirkus raus, ganz einfach. Da denkst du halt, da kommen irgendwelche Leute aus dem Zirkus raus, weißt du so. Und das hat aber nix mit irgendwie, naja, dass die Leute da kein Interesse daran haben, kann ich verstehen und ich hatte auch kein Interesse daran und deswegen habe ich auch relativ wenig Interesse darüber zu plaudern. Ja, also Lars Sullivan mit einer nochmal dominanten Darstellung und damit gehen wir auch schon zu zwei Stars, die die Saudis tatsächlich deutlich mehr interessiert haben, denn bei den Saudis merkt man halt noch viel intensiver wirklich als beim WWE-Publikum bei irgendeiner Live-Show oder irgendeiner Raw-Smackdown-Show, wer Star-Power hat und wer nicht. Also das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Da hat Roman Reigns deutlich bessere Reaktionen, aber der finde ich gar nicht so herausstechend, sondern auch einfach Randy Orton und Triple H, weil die halt schon ewig in diesem Business sind und Veteranen sind. Im Endeffekt war das noch mal ganz, ganz auffällig. Die Saudis leben einfach noch im Jahr 1990. Ich glaube, die sehen einfach die gar nicht die aktuellen Shows oder sowas halt so. Ich würde eher 1590 sagen. Ich glaube eher, dass die halt einfach jede Woche, wenn die was im saudi-arabischen Fernsehen bekommen, dann bekommen die wahrscheinlich irgendwie die Sendungen von 1990 gezeigt und denken, das wäre das aktuelle Geschehen. Also ich glaube nicht, dass die wirklich die aktuellen WWE-Shows verfolgen oder irgendwas halt so. Und dementsprechend, also so wie die in den 90er Jahren doch quasi leben und sich die Shows angucken, so reagieren sie natürlich auf die Leute, weil die ganzen anderen Leute kennen sie halt nicht. Und dann kommt auf einmal ein Goldberg oder ein Randy Orton oder ein Triple H raus und dann ist auf einmal Party angesagt. Ja, dann geht's ab. Wobei in Saudi-Arabien auch lange ein TV-Deal jetzt war bei einem der größten saudi-arabischen und allgemein arabischen Sports-Sender, bei dem die Raw- und Smackdown-Shows zusammengefasst wurden in einer Highlight-Show, quasi wie wir das machen, bloß in Review-Form, haben die das als TV-Format bekommen. Die Möglichkeit wäre also da gewesen, aber klar, die Celebrity-Levels, die Goldberg, Undertaker, Batista, Triple H, Randy Orton, Rey Mysterio und Shane McMahon da erreichen, obwohl Shane McMahon gar nicht mal so krass, die sind natürlich da eher unangetastet im Vergleich zum Beispiel zu Lars Sullivan oder eben Braun Strowman, Bobby Lashley, über die wir auch noch gleich reden werden. Jetzt kommen wir erstmal zu Randy Orton. Das hört sich aber so an, als wenn du eine Review von 2002 machen würdest. Ja, das stimmt. Und wir werden auch noch mal noch Oldschooler, wenn wir über den Main Event sprechen. Ja, Randy Orton gegen Triple H, das hört sich an wie 2005 oder WrestleMania 25, als die beiden im Main Event gegeneinander antraten. Das hier war ein solides Match, würde ich sagen. Man hat halt gemerkt, die beiden sind Profis, Veterane, solide Action, aber es war halt viel zu lange, viel zu lang und viel zu langsam und einfach in ihrem einschläfernden Stil. Das kann man mögen, meins ist es nicht. Das gehört auch zum Wrestling so ein bisschen dazu, diese unterschiedlichen Ansichten. Meine Ansicht ist da weit entfernt von der von Randall und Triple H. Ich bin der Meinung, dass dieser Match-Stil eher einschläfernd ist als irgendetwas anderes. Randy Orton hat hier das Match gewonnen mit dem RKO, holt er sich den Sieg und damit steckt Triple H die Niederlage ein und pusht den guten Randy Orton für ganz, ganz viel Kohle. Ja, also ich kann hier nur empfehlen, also ich meine, ich verstehe ja nie die Leute, es gibt ja so Funktionen wie man kann ja im Podcast eine zweifache oder dreifache Geschwindigkeit hören und sowas halt. Und auch Videos kann man ja einfach schneller abspielen in den meisten Videoplayern und hier würde ich auch einfach empfehlen, einfach den Videoplayer auf mal zwei stellen und dann habt ihr eigentlich quasi mehr oder weniger Triple H gegen Randy Orton vom Jahr 2005, dann ist das auch okay, dann ist das auch vom Tempo okay. Wenn er sich normale Geschwindigkeit anguckt, puh, dann solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr vorher fit seid und ein Energy-Gering dabei habt, weil sonst könnte das sehr, sehr einschläfernd wirken. Ja, prinzipiell war das hier grundsolide und es war auf jeden Fall, wenn man den ganzen Abend betrachtet, kein Abfuck gewesen. Also, das war okay, aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. Ja, ganz genau. Also, auf dem Level, auf dem man es so ein bisschen auch erwartet hat, finde ich, also das war genau das, was ich kommen sehen habe, dieses klassische Randy Orton Triple H-Match und war halt auch noch mal definitiv was, was Star-Power einfach hatte und auch, denke ich, zu Kraft. Deswegen hat es in dem Sinne seine Daseinsberechtigung auch aus Promoter-Sicht, hat jetzt aber nicht zu dem großen Unterhaltungsfaktor hier noch beigetragen, aber die Saudis haben ihre Stars gesehen und ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie lange es ging, eine halbe Stunde oder so, aber, oder ein bisschen drunter, keine Ahnung, aber, wow, das hier durchzuziehen, in dem, in der Matchzeit, ich glaube, es war ein bisschen unter einer halben Stunde, 35 Minuten, das ist schon sehr, sehr gewagt. Braun Strowman schlägt Bobby Lashley, das war das nächste Match nach dem fulminanten Aufeinandertreffen im Arm-Wrestling-Match gab es jetzt hier das Wrestling-Match und das hat sich Braun Strowman unter den Nagel gerissen und für sich entschieden. Ja, und ich glaube, in dem Moment war das Publikum wirklich komplett tot, also, da habe ich ja auch dann getwittert, ob gerade eine Schweigeminute wäre oder so, ich meine, da kommt jemand raus, der vor zwei Shows noch einen grünen Titel gewonnen hat, grün war der doch, oder? Dieser Sau, der war am Titel, Ganz genau. Richtig gefeiert worden ist und jetzt interessiert sich keine Sau für ihn und dann läuft dieses Match gegen Lashley und du hättest in dem Moment eine Stecknadel fallen hören können, das wäre kein Problem gewesen halt so, das ist so traurig, auf der einen Seite für Braun Strowman halt so, auch für Lashley selber halt so, ja, aber zeigt halt auch den Stellenwert einfach ganz einfach so, das ist halt, und ich meine, dann kommt auch Braun Strowman da raus, der hat noch mal, der hat noch mal dieser blöden Sau, die Arabischau, hat er seinen blöden Gürtel dabei, den er damals gewonnen hat, was ist denn mit dem? Sorte, was ist denn mit dem Gürtel? Völlig wasted. Muss doch nicht auch verteidigt werden oder irgendwas. Ich meine, hätte der nicht normalerweise in der Beta Royale verteidigt werden müssen, wo er denn auch gewonnen hat? Das wäre was gewesen, ja, dann hätten wir jetzt den Saudi-Seth als Saudi-Arabien-Champion, aber, also, ich meine, das letzte hätte dieser komische Saudi-Typen halt Braun Strowman eliminieren können, ich meine, das wäre ja noch krasser gewesen und hätte sich da mit diesem grünen Gürtel verdient und sowas halt so und da hätte man ja sowas sagen können, das hat man seit zwei Jahren geplant, weißt du, oder so, mehr oder weniger, das ist ja, ich meine, das wäre krank gewesen, aber, nee, aber halt nix, das wird einfach da hingeklatscht und auch dieses Match hat so, das braucht halt kein Mensch, ich meine, ich kann die Leute wieder in der Halle ja teilweise verstehen halt so, aber das war schon echt erschreckend und, naja, die beiden sind halt auch nicht die Leute, die dann halt wirklich das Publikum noch ziehen können oder aufwecken können und dementsprechend kann man froh sein, wenn keiner an Langeweile verstorben ist währenddessen. Ja, also, wenn ich es jetzt aus der WWE, auch Corporate-Sicht mir anschaue, dann kann ich mir vorstellen, dass die Saudis wirklich einen Saudi-Arabien-Titel wollten oder zumindest, ja, sich das gewünscht haben, vielleicht hat es WWE auch einfach als Akt der Freundschaft und der Kooperation gemacht, aber man hat dann diesen Titel ja auch nie wieder präsentiert in den TV-Shows, nicht jetzt auch bei den Saudi-Arabien-Shows nicht und gerade da wäre es ja notwendig, aber, ja, vielleicht will man den auch einfach nicht mehr aufgreifen, greifen einfach deswegen, weil es sonst ein bisschen nicht legitim wirkt, wenn Strowman nur in Saudi-Arabien diesen Titel hat, aber auch das könnte man darstellen, also, ich verstehe es auch nicht so ganz, kann ich dir sagen, da bist du nicht alleine auf dieser Welt. Dann haben wir Kofi Kingston gegen Dorf Ziegler gesehen, das WWE-Champion-Titel-Match, ähm, hat, was hättest du mir eigentlich dafür bezahlt, wenn ich dir vor einem Jahr erzählt hätte? Dass wir in einem Jahr Dolph Ziegler gegen Kofi Kingston um den WWE-Championship sehen werden. Oh, da hätt ich auch Geld mit verdienen können, ey. Ja, definitiv. Ja, aber generell, also, da passieren so einige Sachen bei WWE, ganz ehrlich, also, das mit Jinder Mahal war so eine Sache und, ähm, hier auf der Kart sind auch einige Sachen passiert, auch das Goldberg und Undertaker-Match, also, es wirkte einfach surreal. Diese Show, was, es war so, es war so ein bisschen, ähm, wie in eine andere Welt einzutauchen. Und es ist ja auch eine andere Welt, es ist ein anderer Standard, das ist, es ist eine ganz, ganz skurrile Sache, wenn WWE aus Saudi-Arabien veranstaltet. Und das hatte ich auch hier wieder, dieses Gefühl. Das war beim Greatest Royal Rumble, das erste Mal. Und da dachte ich mir, was habe ich da jetzt gerade geguckt? Ich fand es auch ganz, ganz schwer, das zu bewerten. Da kann man sich auch nochmal die Review gerne anhören, die ist auf dem Kanal online. Da fand ich es super schwierig, das zu bewerten. Es war einfach eine komische Show. Ich habe dann im Fazit auch gesagt, es war total skurril. Und Crown Jewel, don't get me started, aber Shawn Michaels und Triple H gegen Kane und den Undertaker. Ganz ehrlich, hör mir mal bitte auf. Und jetzt hier, super Showdown, macht man halt genau da weiter. Es bleibt skurril. Und Kofi Kingston gegen Dorf Segler, ja, das haben sie hier nett über die Bühne gebracht, aber auch das ist jetzt kein super sehenswertes Match in meinen Augen. Xavier Woods greift ein, zahlt Segler seine Attacken zurück, die er in den Wochenshows einstecken musste. Und Kingston bleibt King, behält seinen WWE Champion Titel. Danach hat Dorf Segler noch eine Backstage-Promo gehalten und meinte, hey, ich will Kofi Kingston in einem Steel Cage Match. Jetzt gibt's am 23. Juni bei Stomping Grounds beim nächsten WWE-Großevent Dorf Segler gegen Kofi Kingston mit dieser Stipulation eben im Steel Cage. Der Kingston hat aber noch gar nicht angenommen, oder? Da weiß man gar nichts davon. Aber man hat's schon so angekündigt, tatsächlich. Ja, das ist richtig. Das hab ich dann auch mitbekommen, als Kingston rausgegangen ist, haben sie ja auch selber gesagt so, ich mein, Kingston weiß ja nichts davon halt so, aber das Match wird stattfinden. Ich dachte mir auch so, hä, wer hat das jetzt denn angesetzt, oder was? Nur weil Sigler das Backstage mal so groß irgendwie erzählt hat, oder was? Ja, auch wieder ganz, ganz komisch. Ja, erstmal dazu, zum Match. Ja, es war da, war jetzt aber auch nichts Besonderes wirklich. Also, dann gewinnt am Ende Kofi Kingston, unser großer WWE-Champion, nur durch ein Eingreifen seines Partners, also zumindest mit Hilfe des Eingreifens seines Partners, wo ich mir denke, wer ist hier eigentlich der Face, wer ist eigentlich hier der Heal, und wer sollte eigentlich hier wie dargestellt werden? Packe ich mir einfach nur am Kopf, verstehe ich nicht. Klar, man müsste das Follow-Up machen, aber das hätte man auch anders lösen können. Ja gut, und jetzt bekommen wir halt anscheinend dieses Steel Cage Match beim nächsten Mal. Ich bin ja gespannt. Ja, gespannt, das können wir auf jeden Fall sein. Steel Cage Match, ich sag's immer wieder, das ist eine Stipulation, die gehört verboten. Es gab mal gute Steel Cage Matches in den 80ern, aber mittlerweile ist das auch einfach nur noch eine absolute Frechheit, diese Stipulation zeigt mir eine, zeigt mir aus den letzten 10 Jahren WWE mal drei Top 3 Steel Cage Matches, die euch wirklich begeistert haben, die euch umgehauen haben. Ich kann euch sagen, da findet ihr keine, und wenn, dann... Auch außerhalb der WWE übrigens nicht, muss ich auch mal dazu sagen, halt so, ja, auch wenn da viele, viele coole Moves teilweise dabei sind und sowas halt, und das feiern die meisten Leute ja an solchen Matches und sowas halt so, aber wenn man das mit einem menschlichen Sachverstand beachtet, trachtet so ein Match, dann musst du die halt einfach dauerhaft facepalmen bei dieser Matchart. Einfach mal abschaffen, gerne, und Segler gegen Kofi in einem Steel Cage, hier das bei Super Showdown, das hat mich noch ein bisschen gekriegt, dieses Match, aber ganz ehrlich, wenn die jetzt im Steel Cage bei Stomping Grounds sich gegenseitig in den Ass stompen, dann kann ich auch gleich wieder nach Hause, ich weiß gar nicht, ob ich das reviewen will, das ist einfach ein Match, das kann man einfach sparen. Ja. Kann man einfach sparen, Björn. Bin ich absolut bei dir, ja auch, ich meine, Dolph Ziegler wird dann einfach hier wieder so einfach reingeschmissen und alles drum und dran, halt so den Keimensch, also, also, den Keimensch braucht natürlich nicht, also, Dolph Ziegler hätte eine Daseinsberechtigung, wenn man ihn auch nicht darstellen würde, so, bei ihm einfach so out of nowhere hier zu bringen und auf einmal ist er wieder im Titelgeschehen drin und da ist jetzt überhaupt noch ein Follow-up, das wundert mich ja eh quasi schon, aber danach werden wir wahrscheinlich eh wieder nichts von ihm hören, naja. Und wir sind jetzt sehr negativ und pessimistisch, aber Leute, jetzt kann ich euch sagen, jetzt kommt euer Lichtblick. Ihr kennt mich, ich bin der WWE-Optimist und ich sag euch jetzt, was mein Highlight an dieser Show war. Ich bin wirklich gespannt. Haltet mich für verrückt oder völlig durchgeknallt, aber das, was jetzt hier passiert ist, das war für mich ein absoluter Gänsehaut-Moment in der 50-Mann-Battle-Royal. Ich wollte dich jetzt erstmal fragen, Björn, bevor du mich hier auslasst, wann hast du das letzte Mal 50 Menschen in einem Wrestling-Ring gesehen? Also, ich bin ja erstmal, also erstmal bin ich ja noch nicht überzeugt, dass es überhaupt 50 Mann waren, ja. Also, da möchte ich erstmal jemanden haben, der nachzählt im Nachhinein, ob das denn wirklich 50 Teilnehmer waren, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe natürlich schon 20 Mann-Battle-Royal gesehen, ich habe 30 Mann-Battle-Royal gesehen, wo du echt gedacht hast, du leckst mich am Arsch, das ist aber schon voll und eigentlich ist das zu viel halt so. Aber 50 Mann in einen Ring, dass die überhaupt in einen Ring reinpassen, ist eigentlich schon ziemlich verwunderlich und dementsprechend war auch, muss man ganz klar sagen, an dieses Match, bis wir vielleicht bei den letzten sechs oder acht angekommen sind, weil das war, glaube ich, bis dahin das schlechteste Wrestling-Match ever, was ich im WWE-Produkt gesehen habe. Okay. Interessant. Ja, das war ja wohl gar nichts, oder? Das war ja wirklich absolut nichts. Es hat auch keine Sau interessiert, man konnte auch keine Spots nachfragen ziehen, weil es natürlich viel zu viele Leute waren, auch die Kameramänner waren in dem Moment natürlich vollkommen überfordert halt gewesen, halt so. Aber das war einfach, also ich habe mich einfach, also ich habe einfach nur gedacht, das kann nicht wahr sein, also das ist doch, das sind gerade eine Satire-Show, die wir hier gucken, oder? Die prestigeträchtigste, historischste Battle Royal der WWE-Geschichte, so wurde sie genannt. Gewonnen hat am Ende ein Saudi-Arabier, und zwar der erste Saudi, der bei WWE unter Vertrag genommen wurde. Das Match. Jetzt mal Witz von mir an. Ja? Ich habe bis irgendwie zehn Sekunden, nachdem er gewonnen hat, immer noch geglaubt, dass das Mustafa Ali ist. Das Match, das kann man sich übrigens sparen. Für mich war es hier eher Seth Rollins in Saudi-Edition, und zwar Mansur Al-Shehal heißt er. Ich hoffe es, ich habe es halbwegs gut ausgesprochen, ich kann aber auch direkt sagen, das habe ich nicht. Der Lokal-Matador schafft es, Elias zu eliminieren, hält danach noch eine Promo und zieht doch recht gute Reaktionen, würde ich sagen, in seiner Heimat. Die haben den richtig gefeiert. Und Björn, ich weiß, das wird bei vielen nicht gut angekommen sein, und wahrscheinlich auch nicht bei dir, aber ich fand, das war hier ein völlig legitimer Moment, den man hier gebracht hat, mit einem Newcomer, der eben zu Hause gewinnt, der zurückkommt in seine Heimat und das Ding nach Hause fährt. Und letzten Endes, das war ein guter Moment. Ich hatte da überhaupt nichts auszusetzen. Klar, das Match, das war eine Zumutung, aber dass man hier jetzt diesen Mansur in diesen Spot stellt, das fand ich gut. Und der ist ja auch charismatisch, der hat ja auch Talent, das kann man nicht bestreiten, von daher, wieso eigentlich nicht? Und auch die Reaktionen haben mir gezeigt, es hat funktioniert. Ja, auch die Reaktionen im Chat zeigen, dass ich zumindest nicht ganz alleine dargestehe, mit der Annahme, dass es doch irgendwie Mustafa Ali war am Ende. Da gab es wohl Leute, die das wohl genauso gesehen haben wie ich. Ja, war aber nicht der Fall. Ja, man muss ja sagen, in dem Moment, als mir das dann auch bewusst wurde, und auch gedacht habe, so im Moment, da war doch bei der letzten Saudi-Show, da gab es doch diese komischen Newcomer und sowas halt so, und da hat er auch schon gewonnen gehabt, da kam mir das auch alles in Erinnerung. Ich habe gedacht, das ist ja ein richtig gutes Follow-up in dem Moment, also da muss man sie ja wirklich loben, das war ja eigentlich die größte Story, die man an diesem Abend erzählt hat. Und die war aufgebaut seit der letzten Saudi-Show, das ist ja unfassbar. Also im Nachhinein muss man sagen, das hat man richtig gut gemacht. Ich meine, das Match davor kann man einfach nur komplett vergessen und auch die ganzen Leute, die da drin standen, die kann einem wirklich nur leid tun, halt so, ja. Ich meine, du hättest auch reinstehen können, die ersten 30 Leute, wie du wolltest quasi, die eliminiert hattest, an die wird sich eh kein Mensch mehr an diesen Abend erinnern, das muss man auch mal ganz klar sagen, da hättest du auch irgendetwas reinstehen können, aber naja, gut. Ansonsten, ja, hat man zumindest eine schöne Storyline erzählt und die, naja, das Heilpublikum hat es natürlich dementsprechend auch gefeiert, wobei ich mir natürlich auch ziemlich sicher bin, macht euch jetzt keine Gedanken oder so, dass ihr jetzt einen großen Push erhält oder sowas halt so, bis zum nächsten Saudi-Arabien-Shop, wenn wir den nicht mehr sehen. Ja, das ist sehr, sehr gut möglich, aber es ist halt ein junger, aufstrebender Superstar, der eine Mischung aus Mustafa Ali und Seth Rollins ist, aber dann trotzdem durchaus charismatisch und sowohl für Mustafa Ali als auch für Seth Rollins läuft es ja gerade nicht allzu schlecht, also wieso eigentlich nicht und, Ja, wenn man jetzt vorhätte, mit denen jetzt auch irgendwie zu pushen oder irgendwas halt so, dann wäre das ja auch viel, viel cooler halt so, aber ansonsten, naja, ich meine, da kommt halt irgend so ein Saudi her und macht halt alle WWEs aus kaputt, ist auch nicht so toll, oder? Genau, das ist halt die Sache, er hat ja hier relativ upset-mäßig gewonnen, also er hat lange durchgehalten und das heißt ja jetzt nicht, dass er jeden in diesem Roster eliminiert und besser ist als jeder, aber er hat halt einfach dann upset-mäßig als Überraschungssieger und Lokalmatador hier das Match für sich entschieden und das fand ich in der Darstellung auch gar nicht verkehrt. Ja, also sagen wir mal so, für eine Hausschau war das cool. Ich muss das einfach als Hausschau betrachten, ich kann das halt nicht als ernst zu nehmen in ein Pay-Per-View betrachten oder irgendwas, was mit den aktuellen Storylines zu tun hat oder sowas halt so. Wenn man das als Hausschau betrachtet, halt so für das Heimpublikum, kann man sowas natürlich gerne machen. Ich meine, dafür bezahlen die das Geld hier, ne? Dafür bezahlen die das Geld, absolut. Yes, und ja, deswegen haben sie hier einen Feel-Good-Moment bekommen und dann haben wir wieder die Zeitzone gewechselt, Björnster, denn auf einmal war es 1998 in einem Land, in dem mittelalterliche Moralvorstellungen und Gesetze herrschen in einem Land vor unserer aktuellen Zeit. Ja, war die Frau noch unten behaht. Goldberg gegen den Undertaker. Ich kann dir sagen, Goldberg hat seinen Bart gepflegt und der Undertaker, der hat sich auch wieder Haare wachsen lassen, wo wir gerade bei dem Thema waren. Das sind zwei absolute Legenden. Legenden, Ikonen, zwei grandiose, epische Entrances. Das war, das war, das war larger than life, kann ich dir sagen. Das sind einfach, haben wir richtig gemerkt, das sind Stars und die ziehen hier auch wirklich die Reaktionen beim Saudi-Publikum, die alle denken, dass die hier noch Teil des aktiven Kaders sind, aber nein, Goldberg und der Undertaker, die haben dann vor allem auch im Match gezeigt, das ist wohl nicht mehr so häufig vorkommend, dass die hier noch in den Ring steigen. Der Undertaker hatte außerdem bei seinem Einzug viele Särge dabei, die standen dann auf der Stage. Ich wollte dich mal eben fragen, wer liegt denn da in diesen Särgen drin? Sind da Journalisten drin oder Homosexuelle? Oder sind da Wrestler drin, die sich gegen die WWE-Saudi-Kooperation ausgesprochen haben? Wahrscheinlich schon eine ganze Menge davon hat. Wenn man sie genug zerkleinert halt so und genug Stücke schneidet, dann passen da ja auch einige Leute rein, würde ich sagen. Wir müssen auch ein bisschen mit diesem Humor auspassen, aber eine Saudi-Arabien-Review ohne diese Bemerkungen wäre ja auch keine Saudi-Arabien-Review, kann ich euch sagen. Aber ich gebe dir vollkommen recht natürlich ja, als Undertaker und als Goldberg rauskam. Ich habe mich auch zurückgefühlt so, hör mal, Björn, du bist wieder 13, schön, oder 11 und guckst jetzt wieder Wrestling. Oder 9. Ja, sie wirken aber trotzdem wie Stars, das muss ich ganz klar sagen. Also, wie sie rausgekommen sind und man kann natürlich auch, ich mache mich ja auch lustig bei Undertaker-Advents mittlerweile halt so, aber ich meine, ich gucke mir den Quatsch halt auch mittlerweile fast 30 Jahre an. Wenn du dir 30 Jahre den gleichen Quatsch anguckst und 30 Jahre den gleichen Undertaker-Advents siehst und merkst, wie lange das eigentlich alles dauert und alles halt so, und das wird ja immer länger und immer länger und da kann man sich ja schon mal drüber lustig machen. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, natürlich, die wirkten eigentlich wie größere Stars als alle Leute, die davor da waren. Und das ist halt nun mal, das ist das größte Problem, was die WWE ja momentan auch im Jahr 2019 nun mal hat. Alle Leute sind halt bei Weitem nicht so viel wert wie zwei Leute, die aus den 90er Jahren wieder zurücktelepediert werden. Das ist doch so traurig halt einfach so. Das ist das Traurige, was die WWE hat und das größte Problem, was die WWE auch hat, dass die beiden halt so rauskommen und wie richtige Stars wirken und alle, die davor rauskamen halt so, ja mehr oder weniger wie so Zirkus-Clowns wirken halt so. Das ist halt, das ist das größte Problem, was die WWE nun mal hat. Und bis die Ringglocke ertönt ist und ich muss sogar sagen, selbst die ersten 20, 30 Sekunden vom Match habe ich gedacht, so leck mich am Arsch, das ist cool. Ich meine, klar, der Undertaker, der sieht bei diesem Alter schon an und sowas halt so, aber Goldberg, Alter, man muss den Typen, ich muss auch mal was Positives auf diesem Abend sagen. Come on. Das ist das einzig Positiv, was ich sagen würde. Goldberg sieht immer noch so aus wie früher und der Typ sieht aus durchtrainiert, fit, unglaublich, also als ob du den quasi aus 1990 übernommen hast mit ein bisschen Bart, in Anführungszeichen. Das muss ich sagen, Respekt. Alles, was dann folgte, war natürlich, da kann man sich nur noch am Kopf packen, ja, also die, es war ja ein so grausames Match und die letzten zwei Minuten vom Jackhammer angefangen, dieses ganze Finish, das war ja ein Gebotsche, ich bin mir auch ziemlich sicher, das wird einfach so, die letzten zwei Minuten werden einfach so ein paar Botschen und werden ja durchlaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da kann man ja auch nur Fremdstehung und da hat man halt gemerkt, okay, wir haben halt nicht mehr 1998 oder so, sondern wir haben halt mittlerweile 2019 und da hat man den als Alter angemerkt, halt so und dann habe ich hier nur noch gesessen, wir haben über einen Stuhl zusammengesackt, teilweise vor Lachen, teilweise vor Fremdscham und habe nur gedacht so, Gott, was gucke ich mir hier an? Ja, das ist eine recht gute Zusammenfassung, wenn 106 Jahre Lebenserfahrung aufeinandertreffen und auch einiges an Ring-Erfahrung, dann ist das eben trotzdem etwas in die Jahre gekommen und das hat man auch körperlich bei den beiden gesehen, okay, körperlich in dem Sinne nicht, dass sie irgendwie schlecht in Shape wären, also bei Goldberg auf gar keinen Fall, also sorry, da muss man die einfach lassen, also für sein Alter und sowas halt, wenn ich jemals so ausgesehen hätte, wäre ich dann froh. Ja, also auch der Undertaker hat er jetzt kürzlich abgenommen, ist jetzt auch nicht mehr so mega muskulöser. Männer ganz genau. Da fallen, ob das jetzt irgendwie positiv ist, lassen wir mal hinstellen, aber wenn Goldberg nicht zerfallen wirkt. Er hat ja nicht super viel Muskelmasse abgebaut, sondern einfach auch eher, ja, bewusst versucht, seine Diät durchzuziehen, um eben Fett zu verlieren und das hat er auch geschafft. Aber ganz vom rein, vom optischen her, so wie Goldberg rausgekommen ist, vom charismatischen her und alles drum und dran, bis die Ringglocke ertönt ist, kannst du den sofort in die Show zurückbringen und das wäre sofort eine Bereicherung. Absolut. Muss ich dir ganz klar sagen, selbst in diesem hohen Alter wäre er eine Bereicherung. Du darfst ihn halt nur nicht mehr wesseln lassen. Okay, weil mal ganz ehrlich, durfte man ihn auch früher nie wesseln lassen halt so, ja, aber er war so nie ein Genie gewesen halt so, aber jetzt mit über 50 auf gar keinen Fall mehr und das hat ja auch dann Matt Riddle in einem sehr schönen Video zusammengefasst, was ja auch schon im Chat hier sehr, sehr kontrovers besprochen worden ist, deswegen muss ich auch nochmal ansprechen. Matt Riddle, der ein Twitter-Video nach dem Match veröffentlicht hat und sich dort, naja, sehr, sehr negativ gegenüber Goldbergs Wrestling-Künste geäußert hat, wo ich ihm vollkommen recht geben muss, mein Bro, aber Bro, pass auf, ich habe keine Ahnung, ob du die Stellung hast, sowas zu äußern, ohne auf die Fresse zu kriegen. Goldberg, you lived up to the hype yet again. You're absolutely the worst wrestler in the business, bro. and that's not an opinion, that's a fact. Ein mutiger Typ, kann man nichts sagen, auf seinem Twitter-Kanal Matthew Riddle at Super King of Bros kann man das nochmal sich anschauen, das Video hat den Titel You Never Disappoint Goldberg und er sagt eben, du bist der schlechteste Rester aller Zeiten, das ist keine Meinung, das ist ein Fakt, kann man sich auch mal gönnen. Ja, also generell Goldberg absolut beeindruckend, auch generell, also die Einzüge dieser beiden, das ist halt einfach, das ist so großartig produziert, das hat so groß gewirkt und sie haben ja auch viel dazu beigetragen, haben ja auch das Charisma, was sie hatten, nie verloren, das muss man auch nochmal dazu sagen, Goldberg, allen voran, also ganz, ganz beeindruckend, der ist halt auch einfach ein Tier und der verbringt halt seine Stunden im Gym nach wie vor und der Aber zu wenig anscheinend kritisiert. Beim Jack kann man nicht so zusammenbrechen, wobei man da natürlich auch die Schuld auch an Undertaker geben muss, wenn man die Körperspannung natürlich nicht hält, ist das natürlich auch für den Ausübenden natürlich noch viel, viel schwerer und danach hat der Undertaker dann auch nochmal auch nochmal bewiesen, dass er nicht in der Lage ist, irgendeine Körperspannung mehr zu halten auf dieser Welt und ich muss es dir leider sagen, Jonathan, aber bitte vergesse den Undertaker in den letzten zwei Jahren den gesehen hast, weil sonst ist das nicht mehr der, den du mal in Erinnerung hattest. Wir werden Goldberg kritisieren und klar, zu dem Jackhammer-Spot kommen wir auch noch, aber ich wollte jetzt noch ganz kurz sagen, der Typ ist einfach trotzdem ein Profi und ist einfach trotzdem eine Bereicherung für diese Show gewesen, nicht Razz-Sackisch auf keinen Fall, aber einfach durch dieses beeindruckende Kargisma, durch seine einzigartige Intensität und durch seine ich weiß gar nicht, ob man es richtig beschreiben kann, seine Aura auf jeden Fall. Du kannst den fetten Ronaldo auch schön auf die Tribüne beim Fußball sitzen, einblenden und einmal bejubeln lassen, ist alles cool, du musst ihn aber nicht mehr auf den Platz stellen. und das hat man hier geschahen, das ist einfach ein großartiges Beispiel, denn dieses Match, das startete ja wirklich fulminant, der Main Event in Jeddah, es ging zur Sache und ja, da war ja auch am Anfang wirklich Feuer drin, da war ja Feeling drin, es gab zwei Spears von Goldberg, aber natürlich kriegst du den Undertaker so schnell nicht geschlagen, das ging insgesamt vom Match her zehn Minuten, die letzten zwei Minuten waren absolut grausam und es war auch am Anfang tatsächlich so ein, also war schon gut, war schon auch eine Atmosphäre dabei, aber das hat sich mit der Zeit abgebaut und wurde halt dann langsam immer mehr zum Fremdschämen, peinlich und da hat man dann auch schon gesehen, wie das letzten Endes alles nach hinten losgegangen ist, also Timing-Probleme, Missverständnisse bei der bei der Move-Up-Sprache, auch generell einfach die Match-Struktur, glaube ich, war entweder nicht so wirklich ausgearbeitet, in dem Sinne, wann eben welcher Spot wie getimt wird und wann Goldberg zum Beispiel in den Chokeslam läuft, da hat der Undertaker mal eine halbe Minute gewartet, bis der in den Chokeslam läuft und macht schon diese Geste, aber der Goldberg, der lehnt da noch ins Seil und kommt da gar nicht zurück und checkt gar nicht, dass der Taker jetzt schon quasi mit der Antizipation der Crouch spielt, aber Goldberg, der dreht sich nicht um, der dreht sich nicht zum Chokeslam um, sondern der ist da einfach und wartet, bis der Taker zu ihm kommt und dann muss der Taker erst call a turn und dann kommt er und es gibt den Chokeslam, aber ei, 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 also das war nur ein Ausschnitt von vielen und das sind halt absolute Veterane, keine Frage, aber man hat ja trotzdem gemerkt, dass das Resterisch einfach nichts mehr ist. So, dann hat der Undertaker seine Moves rausgehauen, nachdem Goldberg angefangen hat zu bluten, ähm, Chokeslam, die übrigens alle nicht so gut aussahen, weil das Timing da auch mit dem Absprung von Goldberg nicht so ganz so gut geklappt hat und dann der grausame Tombstone Piledriver und ich weiß nicht, ob ihr das auch alle in der, im Livestream auch so gesehen habt oder wenn ihr es euch nochmal im Nachhinein anschaut, aber guckt euch den mal in Zeitlupe an, diesen Tombstone, guckt euch mal an, wie, also den ersten Tombstone, guckt euch mal an, wie der Nacken von Goldberg sich da staucht. Also ich hab jetzt noch kein... Deswegen ist der Mover der WWE verboten, weil den keine 50 plus Leute ausführen sollten. Ich hab noch kein Report gesehen oder sowas, dass, äh, Goldberg verletzt ist oder so. Ich hab aber diesen, diesen Frame gestoppt, als seinen Nacken so schon zur Hälfte weg, also zur Hälfte zur Seite, äh, gestreckt war und das hat mir schon gereicht. Also ganz ehrlich, ähm, das ist einfach auch nicht mehr, nicht mehr feierlich, weil da schrammt man halt wirklich an einem absoluten Schicksalsschlag vorbei, an einem Unfall, der fatalste Folgen hat. Was ist denn, wenn der, wenn der, wenn der Undertaker dann noch mehr zusammensackt, dieses Gewicht vom Goldberg noch weniger halten kann und dann auf seine Knie fällt, der Kopf von Goldberg noch mehr in die Matte reingestampft wird und dadurch quasi, ähm, er sich das, sich den Nacken bricht, das Genick bricht, im Rollstuhl sitzt oder sogar bei diesem Move stirbt. Also, das muss man ja im Wrestling immer wieder mal ansprechen, weil das bei WWE fast schon so ein bisschen unmöglich wirkt, was ja auch positiv ist, aber das ist freaking Wrestling und wenn der Typ da auf seinen Nacken oder in, in die Richtung kopfüber auf die Matte kracht und sein Gegner nicht mehr, das körperliche Potenzial hat ihn auch abzufangen, dann geht's hier um Leben und Tod und das war hier ganz, ganz knapp und in dem Alter kannst du solche Menschen nicht mehr in diesen Wrestling ringen lassen. Ganz ehrlich, das war völlig unverantwortlich. Doch, 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 du kannst natürlich solche Leute doch in dem Alter Eddie Wrestling ringen lassen, das ist gar kein Ding halt so halt, aber du kannst halt dich als Promotion hinstellen und den fitten 25-Jährigen verbieten, aber du darfst hier keinen Piledriver machen, weil das ist viel zu gefährlich und dann schickst du da zwei Rentner in den Ring und die dürfen das. Das geht halt einfach gar nicht halt so. Das ist das, den größten Kritikpunkt, den ich äußern muss halt so. Du kannst dich halt nicht da hinstellen und doppelmoralisch sagen halt so, nee, 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 die Jungen dürfen das nicht halt so, die Leute, die fit sind und das vielleicht seit Jahren geübt haben, machen, keine Ahnung, was halt so, ja, und ein 50-Jähriger, der seit Jahren nicht im Ring gestanden hat oder wenn halt nur zweimal im Jahr oder einmal im Jahr halt so was halt so, der darf diesen Move ausführen. Das ist halt das Fatale dabei halt so und wenn dabei was passiert ist, muss man es ja fast der WWE gönnen, damit sie einen richtig auf die Fresse kriegen, wirklich. Es war definitiv eine knappe Sache und es hat auch wirklich dann teilweise wehgetan beim Zuschauen, als Goldberg dann den Tombstone versucht hat, den Jackhammer versucht hat und das alles nach hinten losgegangen ist. Ja, und das war auch tatsächlich eine Zusammenarbeit, diesen Move zu botschen. Also klar, Goldberg, der hat schon länger keinen Jackhammer mehr ausgeführt und da war der Ringrost auf jeden Fall am Start, aber auf der anderen Seite auch der Undertaker natürlich, der dann nicht im richtigen Moment die Körperspannung hält und das klingt auch alles schrecklich respektlos, muss ich leider sagen. Ich versuche das hier noch zu beschreiben. Ist das eigentlich mit den Siegern einverstanden? Das sage ich gleich. Aber es tut mir ja auch weh, das so zu kritisieren. Das sind natürlich absolute Legenden, aber letzten Endes war das Rester-Gisch ganz, ganz grausam und am Ende hat tatsächlich der Undertaker mit einem misslungenen Chokesam nochmal am Ende den Sieg geholt und das ist ein völlig cleanes Finish gewesen. Damit bin ich, ja, würde ich schon sagen einverstanden, weil der Undertaker trotzdem, denke ich, ein höheres Engagement und ein häufigeres Engagement noch hat mit WWE als Goldberg. Der kam jetzt hier für dieses Match, aber ich glaube jetzt nicht, dass Goldberg... Aber Goldberg hat doch erst vor einem Jahr Borg-Lessner weggesquasht, oder? Vor einem Jahr? Oder war es zwei Jahre jetzt her? Ist auch okay. Ende 2017 bei der Survivor Series hat er ihn mal in wenigen Minuten besiegt, aber da hat sich ja Brock Lesnar auch den Sieg zurückgeholt dann und ihn bei WrestleMania geschlagen. Ja, worauf wolltest du hinaus? Ja, also ich meine, eigentlich ist mir vollkommen egal, wer bei den beiden gewinnt und sowas halt. Und wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich werden wir Undertaker noch öfter sehen als Goldberg halt so, ja, was ich prinzipiell schade finde, weil eigentlich möchte ich gar keinen von beiden mehr sehen, aber wenn überhaupt halt so irgendwie in einer nicht inringen Rolle, dann halt wahrscheinlich lieber Goldberg halt so, weil der Typ halt echt noch was ausstrahlt und richtig halt so, ich möchte nicht damit sagen, dass Undertaker nichts ausstrahlt, aber ich glaube nicht, dass man den jetzt irgendwie in einer Backstage-Rolle gebrauchen könnte als den Charakter halt, den er hat halt so, ja. Und wenn ich dann halt auch die Vergangenheit von Goldberg sehe, halt seine letzten Matches und sowas, hat es mich dann schon überrascht, dass er dann hier so fair and square vom Undertaker besiegt wird. Ich bin davon ausgegangen, dass der Undertaker seinen Piedriver und alles durchkriegt und Goldberg auskickt und tatsächlich wieder Bier und Jack Hammer sehen und Goldberg gewinnt. Aber keine Ahnung, das ärgert mich jetzt auch nicht oder so, aber mich hat es schon überrascht. Mhm. Ja. Der Taker hier mit dem Sieg und damit auch ganz, ganz skurrile Szenen einhergehend noch. Am Ende der Show sitzt der Undertaker Der war einfach nur ein Stück sauer. Im Ring und hat so ein bisschen Tränen in den Augen, also zumindest glasige Augen gehabt. Es hat so ein bisschen emotional gewirkt, aber natürlich einfach auch total enttäuscht, völlig sauer. Also diese letzte Minute vor allem Das wissen die beiden ja auch, dass das scheiße war. Also mal ganz ehrlich, ich meine, wir regeln sich alle drüber auf und sagen, die sollen nicht mehr wesseln und sowas halt so, aber die beiden wissen ja auch, dass das scheiße war und die beiden hatten mit Sicherheit was vor, Besseres zu liefern, als das, was sie am Ende abgeliefert haben. Aber am Ende muss man nur mal sagen, ist das bei rumgekommen, was wir gesehen haben und das war natürlich nicht würdig einer großen Wrestling-Show. Ja, das muss man einfach mal so sagen halt so. Ja, und das sind die, das war wahrscheinlich auch der Undertaker sich in dem Moment bewusst und hat wahrscheinlich auch selber gesagt, so scheiße, das war absoluter Müll. Ja, ja, und das hat man hier auch wirklich ganz, ganz klar gesehen in seiner Körpersprache und vor allem eben der Look auf seinem Gesicht hat das gezeigt. Es ist halt wirklich, es ist auch so schade, ne, dann dieses Ende auch zu sehen und diese, diese letzten verbotschten Moves. Ich weiß auch gar nicht, wie das Ende des Matches aussehen sollte. Ich glaube tatsächlich, es sollte dieser Tombstone-Versuch von Goldberg kommen, der dann gekontert in den Tombstone vom Undertaker, aber ganz ehrlich, bin ich so froh, dass das nicht kam, dass der Tombstone in den Tombstone vom Taker noch gekontert wird, weil, stell dir mal vor, das wäre passiert und dann fällt Taker mit Goldberg nach vorne um und er droppt den schön auf den Nacken. Also, da will ich gar nicht schon mal nachdenken halt so. Wie gesagt, man muss immer allen nur mal nachdenken, wo alles, was wir hier meckern und sowas halt so, das dürfen wir als Zuschauer und das Fans und sowas halt so, das ist gar keine Frage, aber ich bin mir ziemlich klar, die beiden wollten das Geld mitnehmen, das haben wir auch oft genug erwähnt, aber die beiden wollten mit sich halt auch für uns eine richtig gute Show liefern und dass sie natürlich am Ende dann enttäuscht sind, das abgeliefert zu haben, was sie abgeliefert haben, das kann man wahrscheinlich auch nachvollziehen und das muss man einfach nochmal sagen, sie wollten mit Sicherheit, aber sie haben es halt nicht mehr geschafft. Ja, finde ich noch ein gutes Fazit zu dem Match. Ja, also große Moves waren hier der Fokus, aber ja, hat halt auch ganz klar gezeigt, dass es eingerostet, dass es nicht mehr frisch und somit geht die Super Showdown Show aus Saudi-Arabien off air. Björnster, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll, ich bin wirklich selten total ratlos am Ende eines Events, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich auf einer Skala von 1 bis 10 für dieses Event geben soll. Kannst du mal den Vorreiter machen und Leute, schreibt auch gerne mal in den Live-Chat hier parallel, wie würdet ihr dieses Event werden? Die ganze Zeit, wir sollen den blöden Cut von Goldberg erwähnen. Ach, stimmt, okay, das wollte ich sowieso noch hin. Händen wir damals schon HD-Fans in den 90er Jahren gehabt, hätten die auch die Cuts auch schon vorher alle immer gesehen. Also, ganz ehrlich, das ist Wrestling, das ist halt nochmal so und ganz ehrlich, ich hätte den Bloodspot überhaupt nicht gebraucht und damit wollten sie wahrscheinlich AEW kontern mit Jericho und sowas halt. Ist natürlich auch überhaupt nicht gelungen und sowas halt so, aber ich finde das auch nicht erwähnenswert, wenn ich ehrlich bin. Das ist halt Wrestling halt so, das ist okay, das gehört dazu. Ja, also er hat sich gecuttet, okay, man hat den blutgünstigen Saudis noch ein bisschen Man hat den blutgünstigen Saudis noch gegeben, was die tiefsten, niedrigen, menschlichen Instinkte wollen, wie auch immer, ja, letzten Endes, äh, 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 ich weiß auch nicht, diese, diese Show, das ist, Ja, bewerten ist natürlich jetzt echt sehr schwer, muss ich sagen, halt so, also, ähm, wrestlerisch war das endlich, haben wir ein überragendes Match wirklich gehabt? Nein, hatten wir nicht den ganzen Abend, wirklich nicht, hatten wir wirklich nicht, also, ich hab das, ich hab die Preshow nicht gesehen, darüber kann ich nicht sprechen, halt so, aber nein, hatten wir nicht, ähm, das war nix, unterhaltungsmäßig, war das eigentlich auch nix, stattdessen, du bist halt irgendwie Saudi und freust dich halt über den Sieg in der komischen Battle Royale, halt so, dann magst du vielleicht einen Goodfee-Moment gehabt haben, halt so, ähm, aber ich würde schon sagen, von allen Saudi-Shows, die letzte fand ich ja gar nicht so schlecht, halt so, aber von allen Saudi-Shows war das eigentlich das Schwächste und ich würde hier so bei war ein cooles Feuerwerk und so halt, aber es gibt einen Punkt, war ein cooles Feuerwerk, der Antil sah ganz cool aus, hat tolle Leinwand, haben wir zwei Punkte und am Ende ist keiner gestorben, also drei von zehn. Ja, das klingt tatsächlich, also ich überlege auch gerade nochmal, ich fand den, fand den, äh, Lokalmatador nice, mit seinem Moment, ja, aber sonst, es war halt nichts, also, nichts irgendwie weltbewegen, ist, nein, also es, es gab auch einfach, es gab keinen herausstechenden Punkt, es gab kein herausstechendes Match, wenn, dann gab es halt eher so Momente, wo man sich gedacht, okay, musste das jetzt sein, oder es gab Matches, bei denen man sich dachte, okay, besser nicht mehr, ähm, lass uns, lass uns einfach mal drei von zehn geben, äh, einfach nur ein paar Hate-Kommentare noch zu kriegen, gebe ich noch dreieinhalb von zehn, weil es kein Frauen-Match gab. Oh, das gibt wieder Hate. Oh Gott, das ist so, was ist da raus? Nein, Quatsch, war ein Spaß, ne, also, für die Leute, die es nicht verstehen, ne? Ich muss auch sagen, ich habe ja auch vor dem Event getweetet, ey, ich hätte echt Bock gehabt, auf so ein bisschen, auf so ein bisschen Kopftuch-Catch von Alexa Bliss und Natalia. Ja. Du nicht? Wäre nicht schlecht gewesen, ja. Also, halt mal best, fest, das Beste am Pay-Per-View war quasi, der Titelwechsel auf dem Hinweg in Frankfurt-Hahn, als Altus gegen Jinder Mahal gewonnen hat, den 24-7-Titel, oder? Ach ja. Ja, das gab es auch noch. Ich weiß auch gar nicht. Ey, wir hatten den Titelwechsel auf deutschem Boden. Ja, come on. Halb, oder? Geht. Wie hätte das gedacht, dass Jinder Mahal jemals auf deutschem Boden einen Titel gewinnt? Hör mir, hör mir auf, ey. Um Gottes Willen. Ich weiß auch gar nicht, warum dieser Goldberg-Cutter so ein großes Thema jetzt war. Muss ich nochmal ganz kurz sagen. Der hat sich ja vor dem Match, haut er sich ja immer an den Kopf, das hat er auch bei einem Segment gemacht. Das macht er, glaube ich, einfach, um sich nochmal richtig hyped zu kriegen. Da haut er sich an den Kopf und bam, und dann geht's ab und so weiter. Ja, früher hat er auch den Kopf gegen die Tür gehauen und so. Ja, und da ist dann wahrscheinlich die Grundlage von solchen Cuts. Also, ja, im Endeffekt so be it. Ja, ist ja auch von früher so. Ich meine, ist auch so ein Big Fall. Ich sag dir halt so, du brauchst meine Stirn quasi nur noch anpacken und dich blutet, weil der halt die so oft geritzt hat, halt so, die Haut einfach so kaputt ist. Das geht dann halt schnell, ne? Ja. So gut. Goldberg und der Undertaker. Ein Trauerspiel, genau wie diese Veranstaltung. Also, das war tatsächlich nix. Das war mit Abstand die schlechteste Saudi-Arabien-Show der WWE-Geschichte. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz nachschauen, wie ich die anderen Shows bewertet habe. Also, Crown Jewel und den Greatest Royal Rumble. Weil beim Greatest Royal Rumble, da hatte ich tatsächlich noch, da hatte ich ja schon so ein bisschen Bock drauf. Also, das fand ich ganz nice. Ähm, aber bei Crown Jewel, glaube ich, hat mich dann der Shawn Michaels, äh, Sport und das Shawn Michaels-Match abgeturnt. Also, diese komplette Veranstaltung hat eigentlich alles das perfekt aktuell wiedergelegt, was bei der WWE momentan so richtig schiefläuft, in Anführungszeichen. Man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, also, ich hatte das Gefühl gehabt, ich sitze hier gerade und gucke quasi, kennst du Spaceballs? Ähm. Kennst du den Film Spaceballs, wo so quasi, Spaceballs ist so ein Film aus den 90ern, den kennen wir ja auch nur alte Leute, halt so, ich denke, ich bin schon Nachfolger von halt so, wo sich quasi über Star Trek und Star Wars und sowas lustig gemacht wird und sowas halt, weißt du, über das ganze Universum und sowas halt, weißt du, über das ganze Szenario halt, weißt du, so, wie so ein Satirefilm auf dem WWE-Produkt, hat dieses Produktgefühl, also hat das, diese komplette Event-Projekt halt so, als ob ich hier quasi sitze und die machen sich über sich selber lustig. Ja, doch, kann man, kann man so sagen. Ähm, ich hab tatsächlich den Greatest Royal Rumble noch mit 6 von 10 bewertet, das war aber auch tatsächlich die beste Show von diesen 3 bisher mit Abstand, da hat der Undertaker gegen Rusev gecatcht. Auch geil, das nochmal im Nachhinein, okay, und John Cena gegen Triple H, genau, das gab's da. So, Crown Jewel, rate mal, was ich da gegeben hab. Ähm, Crown Jewel hast du wahrscheinlich, also du bist ja eh positiv wahrscheinlich 6 von 10 gegeben. Nee, Crown Jewel hat nur 4 von 10 bekommen und, äh, Aber der Greatest Royal Rumble hat wahrscheinlich 6 von 10 bekommen. Der Greatest Royal Rumble hat 6 bekommen, genau, Crown Jewel 4 und jetzt kriegt, äh, dieses große Event Super Showdown aus Jedi, bekommt 3 Punkte mit gutem Willen und damit können wir's denke ich auch belassen. Aber jetzt muss ich mal fragen, wenn das jetzt 3 Punkte mit gutem Willen sind, ne? Wie hast du denn Westin Mania bewertet? Weil schließlich war die Show ja jetzt mindestens genauso gut, wenn nicht besser als Westin Mania, oder? So, ich kann jetzt auch nochmal ganz kurz hier die Bewertung von Westin Mania 35, äh, reinziehen. Die Westin Mania 34, das ist ja eine Show gewesen, die hab ich live geschaut, deswegen ist da meine Bewertung nicht gültig und die war tatsächlich, also, wenn du das live guckst, dann kannst du das ja nicht wirklich, äh, auch, Meinst du heute live in der Halle wär's abgegangen oder was? Live in der Halle, glaub ich, so neben den Scheichs, so ein bisschen, wenn die mir auch noch eine Kutte und ein Abendessen spendiert hätten, dann wär ich, glaub ich, richtig im Modus gewesen, ich glaub ich, richtig am Start. So, hier genau, Wrestlemania 35 Review, Becky Mania, jetzt gucken wir doch mal, ich bin da auch ganz gespannt, nochmal im Nachhinein auf meine Ratings zu schauen, 6 von 10 hab ich hier gegeben, äh, also auf dem Eventniveau von Greatest Draw Rumble immerhin. Ja, gutes Leben, äh, krass, schreibt uns euer Fazit zu diesem Pay-Per-View rein, wir müssen diesen Podcast jetzt auch langsam beenden, würde ich sagen. Also mein Fazit ist damit quasi, das war jetzt eine 3 von 10, haben wir gesagt, ja, ähm, oder ohne da mal 3,5 von 10, das heißt quasi für mich, ich brauche ein bisschen Mania 2020 nicht gucken, weil, es wird ja nicht besser werden, oder? Also, so wie man das jetzt hier gerade argumentiert hat auch, also das hat die WWE ja gesagt, nicht ich, ja, also wie WWE das argumentiert, kannst du dir das eigentlich direkt sparen, und das ist ja auch, also wenn man darüber nochmal nachdenkt, über diese Marketingstrategie, ne, ähm, zu sagen, das ist größer oder genauso groß wie WrestleMania, da kannst du dir auch einfach nur noch an den Kopf greifen, und kannst dich fragen, was ist denn hier los, weil, wenn diese Show WrestleMania Niveau hat, oder sogar besser ist, dann kann dieses Business einfach, dann kann der Business einfach, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du beenden, es ist einfach durch, der Drops ist gelutscht, so, das war mal in den 80ern cool, mit Hulk Hogan, aber mittlerweile nicht mehr, äh, ja, lass es uns beenden, ja, richtig gute Review, richtig, richtig optimistisch hier noch rausgegangen, äh, eine gute Perspektive in die Zukunft gegeben, so schwarzmalerisch, wie es hier aussah, ist es tatsächlich, äh, denke ich nicht, ähm, aber es war eine Scheißshow, ich glaube schon, es war immer eine Scheißshow, äh, geht mal heim, ey, ohne Witz, Goldberg gegen Allertäger, ich fasse auch gar nicht, was ich jetzt hier an diesem Abend alles miterlebt habe, schreibt eure Review in die Kommentare, wir beenden diesen Podcast jetzt wirklich, auch langsamer Zeit, und, äh, wie alt hast du noch versuchst zu werden, außer, dass wir dir unter at der Edeljobber auf Twitter folgen müssen? Ne, es wollte mich nur mal entschuldigen, dafür, dass ich Mittwoch nicht am Start gewesen bin, aber Johnny konnte es abends und ich konnte abends leider nicht, hat diesmal nicht funktioniert, aber hoffentlich dann diesen Mittwoch wieder, und, ähm, dann bin ich auch sehr gespannt auf den Patreon-Teil, den ihr ja hoffentlich alle abonniert habt, also wenn ihr keine Patronen seid, dann jetzt langsam Zeit, ähm, denn dort hat der Johnny diese Woche ein Thema aufgemacht, was er dann nicht beendet hat, was ich aber ganz gerne mit ihnen nächste Woche beenden möchte, und da bin ich sehr gespannt drauf. Oh, ja, da bin ich auch, äh, gespannt drauf, was es denn damit auf sich hat, und Patreon ist ja definitiv immer eine Adresse, die ihr euch da geben könnt, wenn ihr jetzt wirklich einen Hass auf diese Show entwickelt habt, dann gebt euch gerne mal den Talk, den Tobi und ich, Tobi auch ein Kollege hier vom Kanal, der immer wieder, äh, hier bei den Podcasts dabei ist, da haben Tobi und ich über, ähm, exklusiv auf Patreon im Wrestling Topic Talk Format, also ein Podcast Format für Patreon Supporter, über Saudi-Arabien geredet, da nochmal die Hintergründe klar gemacht, also nicht nur oberflächlich, oh, Saudi-Arabien, das ist ein Land von, von unserer Zeit, sondern wirklich detailliert, wie ist das Ganze so skandalös geworden, was ist in diesem Land an Standards, wie sehen die Gesetze aus, die Struktur und der Deal mit WWE, was da an, an Geld, äh, im Umlauf ist und so weiter und so fort, also in diese Richtung geht das, das kann man sich auch gut gönnen und dann natürlich nächste Woche der Patreon-Teil, ähm, der auch sehr spannend wird, weil, äh, ich auch eine ganz, ganz, äh, interessante Thematik noch für dich vorbereitet hab, die sich eher so ein bisschen um unsere Girls dreht, und, aber, da können wir dann, also ich hab keine von daher, warte ab, wir verabschieden uns und bedanken uns, dass ihr hier bei Super Showdown in der Review dabei wart, bis zum nächsten Mal, mein Beidein, tschau, reingehauen, und, Untertitelung des ZDF, 2020